Er hat alles ins Helle gebracht. Der Kirchhof, er liegt hier am Tage. Da regt sich ein Bein und ein anderes dann. Sie kommen hervor, ein Weint da, ein Mann! Mit weißen und schleppenden Händen. Das recht nun, es will sich ergätzen, so gleich die Knöchel zur Runde, so im Herzen. So alt und so reich, doch hinten die Steppen am Panzer. Das ist Schiller, ne? Schiller ist das. Wer ist Schiller? Wer ist Schiller? Hannes, wer ist Schiller? Olaf, kannst du noch mal ausrufen? Boah! Ihr habt hier echt Karotten geholt. Ja, hab ich noch gesagt. Das sind die Guten. Scheiße. Dann soll ich gleich langschneiden. Dann soll ich gleich langschneiden. Scheiße, du bist halt so scheiße. Weißt du nicht mehr, was Melone ist? Und was deine Hände ist? Zweimal. Das ist hier die Eins. Nur mal so, falls wir uns verlieren sollten. Treffen wir uns an der Eins wieder. Nicht zu verwechseln mit der Eins A. Die ist nämlich ein Stückchen weiter. Das ist nämlich ein Stückchen. Ein Ohne. Ein Ohne. Die ist mal was hier. Die Tür auch nicht mehr. Die ist auch warm, ne? Die ist auch warm, ne? So, meine Lieben. Jetzt gibt's hier ein bisschen was zu essen. Und dazu, und das muss per se gesagt werden, weil hier mal so Scheiße säuft. Cola und hier Bier und dieses ganze Zeug. Dieses, ne? Da ist Zucker drin und Süßstoff. Süßstoff habe ich gehört. Macht aggressiv. Aber das hier, das ist staatlich Fachingen. Staatlich Fachingen. Staatlich Fachingen. Staatlich Fachingen. Staatlich Fachingen fördert die Verdauungsfunktion. Er regt die Funktion von Magen und Darm an und beugt Harnsäure und Calcium-Oxalan-Steinen vor. Hast du schon mal Calcium-Oxalan-Steine? Ja. Der hat gerade Steine in der Wassermelone. Steine in der Wassermelone. Und der war so nett und hat jetzt noch ein paar Kerne reingepackt. Ist ja echt nett.